Ja, hier ist ein ganzes Schaufenster voller Katzenbilder, gemalt von einem russischen Künstlerpaar. 190 Euro, 170 Euro, naja, man muss sie ja nicht kaufen, man kann es sich einfach nur so angucken. Sind hier im Schaufenster eines Hotels ausgehängt. Sind auch noch ein paar andere Tiere hier, ein Elefant und so weiter, aber hauptsächlich und ein, was ist das hier ein Büffel, aber hauptsächlich Katzen. Bisschen sehr kitschig, aber da ich nochmal zufällig hier vorbeigekommen bin, kann ich das auch filmen. Winterkatze. Und hier nochmal kleinere, DIN A4 Format. Und hier steht die Information, www.wanlen.de, das Künstlerpaar.